So, da sind wir schon wieder bei dem nächsten Tipp für euch, nämlich wie findet ihr Edelholz? Edelholz ist in zwei verschiedenen Baumarten zu finden. Einmal an der Eiche. Ich kann euch nur kurz die Map zeigen. Ich bin jetzt da, so unser Lager einmal hier durchgerannt. Also Eichen sind echt schwer zu finden, aber es gibt noch eine zweite Baumart, nämlich wo wir auch jetzt schon gerade davor stehen, nämlich die gute alte Birke. Dafür zeige ich das Ganze mal gerade. Ich habe natürlich wieder eine gefunden, die hier richtig bescheiden stehen. Zack. Was benötigt man dafür? Richtig, ihr seht schon bei mir im Inventar, eine Perronse Axt, weil sonst könnt ihr... Uiuiuiuiuiui, der holt aber schön. Denn sonst könnt ihr die Birke nämlich noch nicht abbauen. Das sind nämlich die Bäume, wenn ihr ganz am Anfang seid, fangt ihr an Holz zu farben und immer wieder bleibt mal eine Birke stehen und ihr seid einfach... Guckt euch mal an, wo dieses Holz hinrollt. Könntest du da mal stehenbleiben, Holz? Gut, nehmen wir das hier. So, ne, hei, 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 manchmal. Ne, immer noch nicht. Ja, jeder kennt das Problem. So, ihr seht oben links, Edelholz gefunden. Da ist es. Also, wie gesagt, ihr könnt das Ganze mit Birken machen, mit Eichen. Werkzeug dafür ist halt die Bronze Axt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Bronze Axt herstellen könnt, ihr gerne in meiner Playlist nachgucken. Einfach Valheim Tipps und Tricks auf meinem Kanal. Da werdet ihr auch schnell fündig und dann würdet ihr sagen, war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.